Dieses Detail zeigt einen ganz besonderen Engel, der sozusagen aus der Reihe fällt. Wir sehen ihn nicht von vorne, sondern nur von hinten. Er ist so fast wie im Sturzflug mit ausgebreiteten Armen. Er musiziert nicht, er hat irgendwie keine Funktion. Gleichzeitig befindet er sich in einer Art goldenen Mandorla, die vielleicht auch wie so ein Loch im Himmel ausschauen könnte. Meine Vermutung ist, dass es sich um den abgefallenen Engel Luzifer handelt, der in seiner maßlosen Überheblichkeit gottgleich sein wollte und deshalb vom Himmel verstoßen wurde. In diesem Fall wäre dieses interessante Detail im gesamten Drama des Weltengerichts der Höllensturz des Luzifer.